Musik Wer ist die Bruder? Na ja, wie's deppert. Jetzt trink halt, Hörst. Du weißt schon, dass wir nicht dürfen, gell? Was heißt, wir dürfen nicht? Nur weil da von der Rohrbacher die Entzugserscheinungen da, Hörst. Mir ist das ja wurscht, aber wir müssen Brunzen gehen. Du gehst Brunzen, Hörst. Mich kann die Kreuzweise, verstehst du? Die ganzen Mediziner, da was erzählen die dir, Hörst. Tabletten und Infusionen. Ich bin gesund, verstehst du? Ich trink meine 16 Ottakringer am Tag. Was soll das? Das ist die einzige Lösung, sonst kommen wir in den Urwald irgendwann. Was für ein Urwald? Du hast... Was für ein Urwald? Was schlägst du da mit den Flaschen auf den Tisch? Das ist ein Stammtisch, mach ihn nicht hin. Ja, deswegen ist das ja ein Stammtisch. Sicher ist das ein Stammtisch. Das ist Harrys Stammtisch hier. Outsider-TV. Das ist eine Unterlage für mein Bier. Ja, so ist das. Ja. Jetzt zipft mir alles an, Hörst. Du gehörst wieder in den Geschlossenen, weißt du das? War mir lang genug in der Geschlossenen, Hörst. Nein, ich nicht, du! Ja, du kriegst ein Einzelzimmer, Hörst. Nein. Ja. Kannst du nicht fressen, Hörst. Was ist mit dir? Das Gesäppchen macht nur wach. Stell dich nicht so an, Hörst. Nein, ich habe Präparate. Was für ein Präparate nimmst du, he? Nein. Vorher habe ich etwas viel Besseres gehabt. Und jetzt? Rauchen wir einen Tschi, komm. Nein, du darfst nicht! Was, ich darf nicht? Das ist unsere Vereinbarung mit der... Mit der was? Mit der Rollsteller? Ja, du weißt eh. Bier darfst nicht saugen, rachen. Das ist jetzt in Mode. Das ist straight edge. Da machen wir mit. Da kannst du halt keinen Stammtisch machen. Das ist mir wurscht. Das ist eine Wurscht. Das ist alles wurscht, okay? Du bist ein Kasperl, Alter! Du weißt nix! Du bist ein Kasperl, Alter! Du weißt nix, Alter, Ari! Jetzt sind sie mir da seit 20 Jahren und redet sie denselben Scheiß wie immer! Eure! Geht's dir noch gut? Was ist erst? Was soll ich machen erst? In jeder Zeitung steht das ganze Gfasel drin. Jetzt hoch zu, okay? Du scheiß Schluchten-Scheiß, Alter! Ich hab dir gesagt, Schick ist nix! Da brennt alles weg, Alter! Was brennt weg? Unser Teppich im Wirtshaus! Unsere Lampen, alles ist in Ordnung! Gescheißen, Alter! Ja! Harry! Was ist? Wir dürfen das nicht machen! Ich darf das nicht machen, Hörst! Harry! Sonst ist's spät! Sonst kommen wir nimmer raus, aus dem Scheiß, aus dem Radl! Du weißt, wir müssen nächste Woche wieder Pipi... Schiffen gehen, ja, Hörst! Ja, und das... Ist doch wurscht! Die, 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 die neue... Das ist mir wurscht, deine neue! Die, die, die messen nicht die Leberwerte, die schauen sich jetzt das Blut an! Ah, scheiß nicht Blut an! Das ist mir wurscht! Das ist mir wurscht! Alkohol im Blut! Scheiße! Hörst, was ist? Was sind die für Viecher da überall, Hörst? Was ist das da? Ola! Ola! Wo sind wir da? Hörst, siehst du die Viecher? Die kommen ja von überall! Da! Hörst, was ist das? Die fressen das ganze Zeug, Hörst! Was ist das? Das ist, das ist, das ist wie mit der Alice! Die kommen her und nehmen uns die E-Kart weg, Hörst! Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja Wahnsinn! Das ist ja Wahnsinn! Wo kommen die her? Wo sind wir da überhaupt, Hörst? Überall, Urwald da! Müssen wir mal rauchen, komm! Nein, die Feinstoff-Belastung! Was für Feinstoff-Belastung? Bist du sch... Bist du schwul, oder was? Oh nein, wir rochen hier nicht! Hast du halt g'schert, du bist ja völlig neben der Kappende! Alter! Halt die Fresse, Alter! Wir rauchen hier nicht! Wir können ja nicht rauchen wegen einem Feier, oder was? Ja! Wieso? Wir sind im Urwald, Alter! Darf man keinen Feier machen? Nein! Nur Bunsenbrenner mitnehmen, oder? Weiß ich nicht! Bunsenbrenner! Du bist der Bunsenbrenner! Jetzt trinken wir dein Bier erst! Wääh! Sechzehner Blech, du! Schissene Scheiße, du! Ich muss brunzen! Du kannst eh in den Urwald brunzen, hörst! Nein! Pass auf, da ist die Fieger immer noch da! Da ist ja der Alkohol drin! Ah, was ist der Alkohol drin? Du, der rottet den ganz Urwald aus! Was? Da bist du ein Gscherte! Bist du ein Gscherte, oder was? Ich guck, was ich will, Alter! Was ist mit dir? Tatsch Mahal, oder wie? Das weiß ich nicht! Ich bin der Acker! Was machen wir jetzt da im Urwald? Hörst du mit den Fächer da? Hä? Fuchtel nicht vor meinem Gesicht, Alter! Was heißt das? Wir sind nicht überall! Ja! Bei mir sind sie nicht, okay? Das ist dein Alkohol im Blut! Wir kommen da nicht mehr raus, das ist ein Wahnsinn! Was machen wir da? Das ist jetzt die Raze im Rad, verstehst du? Das steht in jeder Zeitung, jeden Tag! Was? Das ist die ganzen Geschichten! Welcher? Na, die Geschichten von die... Von die... Was? Von die Geschichten halt, von die Geschichtler! Wannst du denn Ali? Na, der Ali, der Mohammed, die Afrikaner, das ist alles dasselbe! Schau, wie sie aufführen! Kommen her! In Massen! Nehmen wir uns alles weg! Die Arbeitsplätze beim THL! In der Ame! Verstehst? Ja, versteh ich! Ganz genau! Geschissene Schluchten-Scheiße! Was willst du machen jetzt? Nichts! Weitersachen! Wir haben uns das verdient, verstehst? Nicht alles! Was ich gehackelt habe, dass ich hier sitzen kann! Verstehe ich! Verstehe ich! Hast du mich jetzt? Ich hab dich! Du hast das verdient! Wir sehen uns nächste Woche wieder! Vielleicht ich! Vielleicht ich! Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich!